so meine damen und herren nach der wahl werde ich zeige ich euch mal kurz noch mal was ihr gekriegt hätte wenn ihr den usb stick benutzt hättet vorher wenn ihr jetzt aber sagt okay ich brauche nur das nütigste ihr habt die deluxe edition sage ich jetzt mal und dann habt ihr natürlich so wie ich den raketenwerfer und auch dort brauchen wir unbedingt alles ablaufen ich hätte hier ein deal gekriegt dann noch ein dokument aber was wäre es denn auch schon und wie auch schon mitgekriegt habt ihr nur sind mit zwei bleiben die leichen liegen oder sind über drei sind es glaube ich nach einer gewissen zeit die spond also dann die geld gekriegt und im brief für die natürlich sagen ich will die dokumente einsammeln für die ist der usb stick an dieser stelle pflicht was kriegen das dokument nicht auf waffen bezogen natürlich wenn man natürlich alle trofälen haben von denen ich weiß nicht ob sie jetzt gibt einmal alle waffen einsammeln oder waffen aufrüsten dann wäre es vom vorteil dass man dann auch den usb stick mitnimmt und dann alles einsammelt für die die aber jetzt sagen ich brauche nicht die trofälen für alle waffen alle waffen aufrüsten und dokumente für die ist der usb stick optional gesagt die brauchen nämlich die wir dann wieder überflüssig weil danach brauchte es nicht mehr abbruchte nur für die zwei bereiche und ich habe ja schon eingesammelt das ist der vorteil wenn man jetzt alle wege frei hat man kann es den verkürzesten weg nehmen den kürzesten weg so müssen wir dich noch mal raus und dich noch mal raus hier habe ich eine angefangenen schachtfiguren erster durchgang dame könig sprinter die erste stelle schon und ich kann es ja nicht mehr Was ist das? Dame, sagt er als erstes. Dame, König, Springer. Wir gehen von hier aus weiter, Turm, Läufer und Bauer. War natürlich falsch. Da, König, steht. Guck mal, da steht Knight Ritter. Das muss ich mal gucken. Zweiter Durchgang. Bauer. Turm. Turm. Springer. König. Läufer, Dame. Ich hasse es. Der ganze Bereich ist, den ich geschrieben habe, eigentlich für den Arsch. Jetzt fange ich da oben nochmal an. Dame, König, Springer. Dame. König. Springer. Dame. König. Springer. Läufer. Läufer. Ich hasse es für die scheiß Pest, ne? Das ist die ganze Scheiße für den Arsch. Obwohl, warte. Vielleicht mache ich den Fehler gerade selber. Läufer. Läufer habe ich wieder durchgeschrieben und den Bauer. Darunter geschrieben. Okay, Bauer, Dame, König. So, jetzt kommt da drüben der Springer. Turm. Und jetzt Läufer. Ja. Okay, habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich nämlich gedacht, dass der Bauer der Letzte ist. Okay. Almost there, Ada. Aber der Bauer war der Erste. Ja, kein Saft drauf. Läufer. Oh Gott. Das soll ich da gleich делать. solve das Playstation Schade. Das ist ein Problem. Okay. Das soll Okay. Wir haben eingebught, Nein, redirect. Das soll ich auf können. Wow. Was ist echt dran. Jesus Christ! It's still alive? It's still alive. Now I got you. Now I got you. Now I got you. Let's hope that's the last of them. Let's hope that's the second time. I can't get it out. I don't know if I should... Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Hold on. I can do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Get yourself out of here. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You're not getting rid of me that easy. You're protecting me. Now it's my turn. I didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, rookie. Just trying to help. Watch your step. You wanna help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab. Right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? I think I could fit in my schedule. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. The cable car will take us down to the nest. My wristband is our ticket to ride. Night? Where did you get that? I fired it. Anyway, we're almost there. Let's go again. Oh, it's not here anymore. Uh, do I have something? No. Let me carry you. No, that only makes me feel worse. How's the shoulder? Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. This should take us where we need. Yeah. Oh, god. Okay. This should take us where we need it. I'll take you. I'll take you. We missed the last half. Wow. Dude. Das ist eine eine Einflussung. Das ist eine eine Einflussung. Das ist eine Einflussung. Diese Tram ist für Nest geöffnet. Nicht nachdem der letzten Endes zu kommen. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? Du glaubst mir? Ernesthaft, wenn ich nicht, du wärst sicher bist. Genau. Ich dachte, ich könnte deine Hilfe brauchen, und ich war richtig. Wenn du das G-Virus beschädigst, kann ich sicher, was in Raccoon City passiert nie wieder passieren. Nita, du sagst es dir selbst. Es ist ein Führergebnis, ich habe keine Autorität. Leon, schau mich an. Ich bin eine Verpflichtung jetzt. Wenn ich diese Führung habe, bist du die letzte Hoffnung, ich habe. Ich werde dich nicht einfach hier verlassen. Was ist, wenn du dich verletzt? Was ist, wenn du Hilfe brauchst? Ich werde gut sein. Aber keine Angst vor mir. Ich muss das durchsehen. Und ich will dich wieder sehen. Ich habe Plen, um zu leben. Vertraue mir. Jetzt, nach Ness. Geh. Bitte, wir haben nicht viel Zeit. Du brauchst das. Das macht ihr auch nur, um den Willen zu kriegen, die sie will. Ich brauche eine Dusche. Okay. Ich brauche eine Dusche. Nachmittag. Das war 3. Wir können doch... Mannersack. Ich bin högerlich. Wirklich. Wirklich. Stand clear until the door will open. Welcome to NEST. Enjoy your visit. Okay, I wonder where the G-Virus is. I wonder if you have the pump at the beginning, you can see here, I think it's the one. But we don't. And I don't. I'm going to go there. I'm going to go with. The guests must refrain from entering. Our menu is designed for your nutritional needs using our latest biological research. Please enjoy our tasty selection of healthy foods. Give me your mommy. Your mommy is healthy food. Okay. 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 Let's go. Yeah. Let's go. I'm gonna go. Was reinstecken. In the east area. G-Virus is in the west area. Got it. G-Virus. G-Virus. Da kommt die vor einer Seite durch. Laborcode, okay, das oben ist halt zweiter Durchgang. Du, äh, da müsst ihr sein, ja, da müsst ihr mich, du, save, flash beim Paul nicht, da kommt gleich das Dings rein. Was bist du, Blauskraut? Da komme ich erstmal so nicht rein. Ah, du bist natürlich noch gespät, war ja klar. Oder muss ich... Achso, okay, ich muss den... Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Es sind immer vier Symbole und ich habe acht Symbole untereinander. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Und so, der andere ist... Du... Irgendwie bist du ja der oder der. Ich probiere erstmal dich. Den haben wir oben ein... Dicken und dich. Und jetzt nochmal... Und dann bist du ja am einander. Genau. Und dann bin ich noch. Und dann ist es ein... Ah, Diggi. Ich muss auch die Kapseli umleermachen. Manual Mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Ja, das ist gut. Oh Jetzt müssen wir das noch einfrieren und dann passt das. Ich glaube, bist du verschlossen? Ja, du bist verschlossen wegen keinem Strom. Genau. Ja, ihr seht schon, dass da Haken drin ist, deswegen sieht ihr das Symbol. Das kann ich jetzt schon wegwerfen. Okay. Habt ihr ein Problem? Wolf. Wieso kommen wir jetzt auf einmal zwei? Das ist, glaube ich, der Stromgenerator. Gott. Das ist wirklich ein Problem. Wieso kommen wir jetzt hierzu? Wieso? Na bin ich? Ich bin viel. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Ich muss hierher kommen. Wiesst du? Das kann man nämlich einmal zurückgehen und da hinten Dingsnusen, bevor wir den Weg dann wieder zurückgehen. Ja, das ist aber auch nur wieder optional, da kommt ich glaube ich nur wieder eine Tasche, dass ich zwei Inhalte mehr tragen kann. Also auch dieser Weg ist jetzt optional. Und in späteren höheren Schwierigkeitsgraden liegen die Gegenstände auch ein bisschen anders, da liegt hier zum Beispiel das Signalmodul, glaube ich bei ihm. Kann auch sein, dass das auf einem leichten Schwierigkeitsgrad im zweiten Inhalte liegt, da das Ding liegt. Also da liegen die Gegenstände ein bisschen anders, denn... Was bist du Muff? ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Das ist heute. du bist wieder rot das sollte einem eigentlich reichen was ich dabei habe das ist es 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 Was ist passiert? Sorry, William. Let me know choice. We call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's umbrella's fault this whole mess. You're umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. William? What have you done? So you made this monster? We made the G-Virus, but we never intended this to happen. You spin it any way you want. You're still responsible. Oh, William. What the hell? Oh, shit. What are you doing? We can't let him get away! Alright, be on this here. What? Na klar, geht das nicht so schnell, aber sie dauert etwas länger. Also ihr habt hier genügend Sachen zusätzlich noch, die euch helfen können. Mit Raketenwaffe ist natürlich alles einfacher oder nachher, oder wenn ihr auch diese Minigun nehmen würdet mit Unlimited Amor, ist natürlich alles deutlich einfacher, als wenn ihr mit Schuhflinte oder Pistole oder Kleinwaffen kämpfen müsst, auch erst wenn ihr jetzt auf höheren Schwierigkeiten gerade spielen wollt. Wenn ihr auf höheren Schwierigkeiten spielt, wie gesagt, seid ihr sicher, dass ihr die Minigun oder den Raketenwaffe habt. Ich denke, das ist deutlich einfacher. Ich denke, das sieht schlecht aus. Es fühlt sich schlimmer, glaube ich. Ich glaube, was du gesagt hast, ich weiß, wie ich glaube. Ich sage mir, dass er das G-sample verletzt wird. Nein, es ist evidence. Es geht zur FBI. Ich glaube, dass ihr das G-sample verletzt wird. Was soll das sein? Sie ist nicht FBI. Sie ist ein mercenari. Sie wird es verkaufen. G-virus wird zu den höchsten. Oh, scheiße. Ich hoffe, du bist richtig. Aber wenn das G-virus... ...kommt in die falschen Hände... Das ist erstmal der Schock der Eins. Die kommt gleich nochmal wieder. Habe ich hier noch eine Kiste? Hier vorne habe ich eine Kiste. Weg, weg... Behalten... 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 ...weg... Attention, self-destruct sequence initiating. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. Attention, self-destruct... Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level train platform. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. You know, we make a good team. I've got to ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. No, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the G-sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Can you shoot me? But I don't think you can. No one gets that sample now. But I don't know that Claire has another one. But of course, with Claire, she's a little different. So from the monologue. Forget it. I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. Take care of yourself, Leon. da wäre es eigentlich einfach, wenn man einen Weg hätte, dass man, wenn man in dieser Situation steckt dass man dann einfach sagt, okay, ich bin im freien Fall ich habe keine Möglichkeit zu überleben sogar wenn du auf Wasser aufprallst, hast du kein Überleben, in dem Sinne weil, hat das mal ein Wissenschaftler gesagt oder ein Physiker, keine Ahnung der hat gesagt, wenn du aus großer Höhe knallst, also jetzt nicht von 5 oder vom 10er da ist ja was anderes du knallst aus, was ich 3, 4, 500 Meter Höhe ja, 3, 4, 500 Meter Höhe, genau und knallst dann auf die Oberfläche des Wassers auf, denn es ist praktisch wie Beton, wurde mal gesagt deswegen ja, also muss schon mal tot sein aber an dieser Stelle danke ich fürs zugucken wir machen hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge uns an dieser Challenge die auch denn die letzte Folge sein wird meine Damen und Herren da kommen wir jetzt zur letzten Folge mit Leon wir haben nur noch 10 Minuten Zeit und dann ist es eh vorbei und dann kommt eh der Abspann also das haben wir mal wieder gut getimt wir haben ungefähr mal eine Minute du fahrt eine Runde was das? self-destruct sequence initiated use the central elevator to evacuate immediately to the bottom of the same platform nine minutes until detonation was that Claire Leon you're down here too yeah but the whole place is coming down listen me you need to get out fast yeah there's a way out we can make it where are you now Claire you still there Leon hey Leon you're breaking up forget about me just get out of here damn it am besten ist jetzt eigentlich alles liegen lassen also das schafft jetzt eventuell nicht wenn du auf nach doch hin Tach! Post! Jesus! Jesus! Motherfucking Christ! Ligon, du wirst einfach zu alt! Ja, äh, rotes Kraut, ist schön, wenn ich nochmal rotes Kraut kriege, das brauche ich aber nicht mehr. Habe ich hier vielleicht noch irgendein... Ein schieniges Kraut? Nein! Wer weiß auch, was ich gleich danach kriege noch! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 da könnte man jetzt den zweiten durchgang wählen ich habe die ergebnisse erstmal geil dass sie bei johannik steht weil normalerweise sollte immer stehen was so okay erst abstand hat okay 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 kostüme sind ja eigentlich die kriegt man ja halt freizeit schadest du bist du polizist und du kriegst man halt über die story freigestellt und dann halt das alles über die lcs nachher wenn man klassisch nehmen da haben wir den und dann halt den verletzt werden natürlich nach im zweiten durchgang dementsprechend mit dem outfits bei ihm starten und bei claire fangen wir so an den kriegen wir so die und die im ersten durchgang spielen wir auch so und im zweiten durchgang spielt er mit bei ihm mit klassischer jacke und klassischen top da ist halt nur die hose anders und das top auch da ist es halt nicht in streifen von oben nach unten sondern halt blanket haben wir jedoch die retro von 98 98 aus welchen vielleicht mal im live streamer vielleicht das spieler was jetzt spieler die ps 5 personen würde ich vielleicht immer den 98 gasten mal drauf werfen und auf jeden fall was ich jetzt hier sagen gilt natürlich auch verlassen über 3 wenn das spiel einmal durch gespielt habt bekommt ihr den boni shop allgemeinen bonus dann haben wir hier herausforderung ghost survivor beispiel da können wir gucken was wir ein ghost survivor kriegen da sind es halt nur 15 dinger kopfbedeckung katzenohren unendlich munition ok hier haben wir natürlich konzept grafiken die wir jetzt mittlerweile schon in diesem durchgang durchgespielt haben freigeschaltet haben denn natürlich paar figuren die wir freigeschaltet haben 22 von 78 haben wir schon mal freigeschaltet haben wir hier um die herausforderung und je nachdem das was sie wie es hier abschließt bekommt er halt in sachen freigeschaltet kigo ada trench coat versteckt spiel sherry schuluniform die kriegt man zum beispiel belohnung wenn man entkommen sie aus dem labor und dann habe ich glaube ich mit wem man spielt dann kriegt man halt dann dementsprechend die leon und claire alternativen outfits konzept eindruck von natürlich labor b oder auch jetzt hier spiel modus spezifisch steht hier eigentlich claire kampagne zwar der durchgang kostüm leon normal anpassbar und figur quick draw army hier denn als warum leichte ich hier modus kampagne claire 2 weiß ich jetzt nicht das heißt eigentlich für mich tatsächlich hast du schließen die auge schließen die uns kampagne ab dann kriegen wir sowas gemacht hier kriegt man halt genau umgekehrt in halt lions 2 mit claire und halte 19 gewährlich über umbrella das ist inhalt fragezeichen denn halt zu spielmodus der ford survivor kriegt man dann praktisch startruber freigeschaltet außer ihr kauft die deluxe edition dann habt ihr das schon mit integriert dann könnt ihr von startausgleich ford survivor spielen in diesem fall müsst ihr jetzt aber hier die herausforderung im vorfeld abschließend sieg über umbrella bedingung fragezeichen kann ich mich da was ist und dann wird ihr erste ford survivor kriegen oder hier zum beispiel die figur wo er ziehen sie eine waffe den kriegen wir marvin marvin als figur besiegen sie angehen mit einer misser figur kann fahrer na da töten die zehn gegner mit einer pistole dann bekommt man zwei figuren als belohnung töten die zehn gegner mit einer flinte dann kriegen wir wieder eine figur granatwerfer zehn gegner mit der mp elektroschocker flammwerfer weg nebenwaffen töten sie mit nur einer kugel einen flintenschuss zwei gegner auf einmal und wie sagt je nachdem wenn er das natürlich in dem sprechen als abschließt bekommt ihr halt dementsprechend sachen freigeschaltet im handgepäck besiegen sie superteilen mit mindesten fünf und bis zur detaution das war ja am ende wo wir die zehn runter gelaufen sind da steht ja mit mindestens fünf minuten ich war ja drüber ich hatte glaube ich sieben minuten gehabt habt denn halt die figuren gekriegt genau öffnen sie das elektronische zellen tür in 13 zügen zählen tür das ist doch die wo die kick hat geholt haben glaube ich das ist klar genau nur klar kriegt er da die privaträume von was ich ja sagte wo leon unten den knast gekriegt hat was für füllen sie die kartusche im medizin medikamenten test laboren acht zügen sagen sie alle waffen und die kampagne haben die alle waffen und klar ich dachte ich überlege jetzt gerade ob ich die eine folge also die letzte folge wobei den kart gemacht haben wo er praktisch was kurze hatten mit der folge samt figo oder ob ich die jetzt allein lasse weil wer ich jetzt unter 15 mädchen zusammengefügt ich bin es aber noch unter 30 weiß nicht das kann also es kann sein dass ich jetzt die letzte folge mit dieser folge verschmolzen habe und halt haben wir am ende vielleicht eine die etwas größer ist das kann sein weil die gesamten folgen jetzt durchziehen als eine gesamt folge will ich jetzt auch nicht machen das wäre auch blöd obwohl wir im angucken das natürlich jetzt einfacher weil denn halt denn man weiß okay man hat jetzt was ich drei stunden leon erster durchgang beispielsweise bei claire auch noch mal drei stunden als beispiel jetzt und dann halt den zweiten durchgang als eingedünnt also nur vier folgen aber ich denke mal das werde ich nicht machen das mache ich nur wie gesagt bei spüren wie life is strange oder the walking dead oder wo es halt wirklich einzelne kapitel im abschnittsformat gibt so wie zum beispiel die 5 dann mache ich sowas aber bei solchen spielen eher nicht auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nur wenn ich jetzt diese folge mit der folgenden folge zusammenfüge vielleicht jetzt nur vier oder drei folgen sind dann ist es halt so aber an dieser stelle meine damen und herren bedanke ich mich recht herzlich fürs zugucken beim durchgang von lyon im ersten durchgang wir werden uns dann gleich beim gleich muss ich gucken ob ich es gleich mache auf jeden fall werden wir uns dann beim nächsten mal wieder sehen wenn wir mit dem ersten durchgang von claire beginnen dann möchte wahrscheinlich auch den am stück denn durch spielen aber auf jeden fall sehen wir uns nächstes mal wie gesagt wieder mit klären und ihrem ersten durchgang